Ich bin eine chinesische Bäuerin. Ich heiße Olan. Ich bin die Mutter, die niemals eine Rolle spielt in der Geschichte der Welt. Wir leben in der Zeit des ersten erhabenen Kaisers, Qin Shi Wang Ti, genannt der Himmelssohn, der immer im Recht ist. Wir wollen unseren Kaiser sehen, Qin Shi Wang Ti, genannt der Himmelssohn, der immer im Recht ist. Er ist kein Himmelssohn, sagen sie. Hast du das Neueste gehört? Noch habe ich Himmelssohn mit niemandem gesprochen. Minko? Minko, Stimme des Volkes, so heißen sie ihn. Man kennt nur seinen Namen und seine Sprüche, doch niemand hat ihn je gesehen. Minko, Stimme des Volkes, es lebt an diesem Tag nur noch ein letzter Widersachern, ein einziger Mann, der sich Stimme des Volkes nennt. Minko, in den hintersten Winkeln unseres Reiches werden wir ihn suchen und finden. Seinen Kopf auf die Lanze! Und einem jeden, der seine Sprüche in den Mund nimmt, soll das gleiche geschehen. Seinen Kopf auf die Lanze! Ihr kennt seine Sprüche, mit Abscheu, ich weiß, mit Abscheu. Ihr könnt getrost sein. Minko ist verhaftet. Minko? Ich halte gerecht. Bevor wir zur Tafel schreiten? Es wird uns nicht lange aufhalten. Ihr aber, meine Getreuen, rüstet das Fest. Es soll das Fest unseres Lebens werden. Man sorge für Musik, für klassische Musik. Und überhaupt an nichts soll es fehlen, was unseren fremden Gästen und uns selbst Eindruck macht. An nichts. Man sorge für Beibach und Theater. Kostet es, was es wolle. Für Feuerwerk und Kultur. Lang lebe Wang Ti, unser erster harbender Kaiser, genannt der Himmelssohn, der immer im Recht ist. Erlebe! 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 Sie kommen zur guten Stunde, Held von Ljotung. Wer solche Schlachten überlebt, als einziger von seiner ganzen Truppe, das ist ein Offizier von Rang. Und deshalb sage ich, Sie kommen zur guten Stunde. Zur Stunde des Festes und des Dankes. Ich habe für den Frieden gekämpft und für die Ordnung, die wir nennen, die große Ordnung und die wahre Ordnung und die endgültige Ordnung. Wir wissen es. Der Dank des Vaterlandes ist Ihnen gewiss. Ich halte mein Wort. Meine Tochter soll Ihre Gattin sein. Heute noch. Ich freue mich, Majestät, Sie in solcher Ruhe anzutreffen, trotz des Aufruhrs vor Ihren Toren. Ohne mein treues Gefolge werde ich nicht durchgekommen. Sie spielen nach uns, und als ich rief, im Namen des Kaisers, nach Hüffes und Hagelte vor Steinen. Gebt ihn heraus! Gebt ihn heraus! Wollten Sie! Vor meinen Toren? Neun meiner Getreuen habe ich verloren. Ganz zu schweigen von meinem Pferd. Mit blankem Säbel mussten wir seine Gasse hauen. Wie sehen, Majestät, das Blut an meinen Stiefeln. Held von Jotung, ich begrüße Sie, Held von Jotung, als Schwiegersohn und Erbe meines Reiches, sofern Sie auch diese letzte Probe noch bestehen. Zu gefehlt! Vor unseren Toren stehen die Elemente. Verstanden. Sie wissen, mein Prinz, was auf dem Spiele steht. Ich werde Sie behandeln, wie Sie es verdienen, als Terroristen, Aufrührer, Elemente. Ich verlasse mich auf Sie, mein Prinz. Sie sind die treuen Person. Sie kämpfen für ein Reich, das Ihnen heilig ist. Sie kämpfen für Ihre eigene Abschaft. Ich hoffe, wir sehen uns bald bei Fest und Feuerwerk. So viel über die Lage in Nanjing. Meine Damen und Herren, Sie werden sich nun fragen, was mit alledem gemeint sei. Wo liegt heute Nanjing? Und wer ist heute Wang Ti, der Himmelssohn, der immer im Recht ist? Und dieser arme Stumme, der nicht einmal heil sagen kann? Und Hu Ziyang, der General mit den blutigen Stiefeln und wie sie alle heißen mögen. Was ist mit alledem gemeint? Was ist mit alledem gemeint?